Ja, Tobi hat es wieder zu mir geschafft. Das heißt, wir durchsuchen jetzt weiter die Höhle. Oh, mal hier runter würdest du sagen, ne? Ja, ja. Auf, auf. Warte mal, geht's hier noch hoch, ey? Ich weiß es nicht. Es sieht halt so gleich aus hier, ey. Ja, total. Oh, okay, hier geht's hoch. Ja, wollen wir erstmal wieder hoch, oder was? Ja, hier geht's nur so ein Felsen hoch. Ich geh mal gucken, bleibst du erstmal unten. Ja, geh erstmal gucken. Es lohnt. Und, was siehst du? Noch gar nichts. Oh, doch so viel. Die Fackel ist schon wieder abgebrannt, ey. Diese Fackel nervt mich total, ne? Hier scheint's nur rauszugehen, glaub ich. Okay, ja, dann bleiben wir hier unten. Ich möchte Oberfläche mal näher kommen. Glaub ich. Ich crafte mir mal so. Oh, hier ist noch jede Menge, es ist noch jede Menge Startflaschen hier oben. Oh, dann nimm noch mal ein paar Mitfass. Oh, das ist noch ein Flugzeugsitz, ey. Was da los, ey. Also komm ich doch mal hoch, ne? Ja, komm mal, komm jetzt, Koffer. Das muss ja noch sein, doch da. Die Fackel mache ich jetzt auch nicht mehr, die nervt mich, ey. So schnell wie die abbrennt, ich hab knapp 200 Stoff gehabt und jetzt hab ich nix mehr. Ja, also schon noch ein bisschen, aber. Und mit dem Feuerzeug zu tun. Du brauchst nicht hochkommen, glaub ich. Warum? Bleib mal unten. Ich bin schon oben. Ach so. Okay. Hier bin ich schon. Ich glaube, es geht nämlich einmal runter. Das ist verrückt, ey. Ich muss auf jeden Fall noch Alkoholflaschen. Und ein paar Molotows machen. Ja, davon würde ich auf jeden Fall noch was nehmen. Bei dir da oben, oder weißt du? Ja. Was ist da jetzt noch welche liegen? Ja. Ah ja. Schauen wir mal an. Und zwei. Drei. Vier. Okay. Das sind meine Stöcke. Da gibt noch was. Ah, da. Ach, ich kann schon wieder keine mehr tragen, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie viele Molotows man eigentlich tragen kann. Ich weiß nicht, ich mach so viel wie geht, ey. Jetzt geht's mich nicht zu beruf. Ja, bei mir auch nicht. Okay, dann kann ich jetzt gleich mit zwei Flaschen nach oben. Was weiß ich denn? Oh, was weiß ich denn? Wir können von Glück reden, dass es voll so unendlich hält. Oh ja. Oh, was musst du denn? Ach, so ein Koffer an dem Ding drin. Ja, an dem Stein gebackt, ne? Das ist so ein Rundgang hier, glaub ich, ey. Weil ich bin schon wieder unten, ey. Das Gefühl, ich weiß es nicht. Jetzt kann man ja nicht schwimmen, ey. Was ist das denn? Ne, das ist kein Rundgang. Das ist so ein... Ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht grad ein bisschen, ja... Frachlos, würde ich... Wo sind wir denn hergekommen? Würde ich fast brauchen, ne? Ach, hier ist der Flugzeugsitz. Ah, ja, ja. Ne, komm mal hier runter. Also quasi hier Richtung runter wieder. Ja, ja, da wollte ich ja auch gerade hin. Von hier sind wir gekommen. So, hier geht's wieder runter, oder was? Ich guck da oben ein Koffer hin, ey. Das wär echt ein Rätsel, ey. Ja, ich hab keine Ahnung. Naja, hier müssen halt Menschen gewesen sein. Und die haben dann die Koffer da runtergebracht. Irgendwie greift er das sein nicht jetzt. Gibt es keine richtige Lösung für so ne Fackel, ey? So ne richtige Fackel? Ne. Scheiße. Man kann halt mehr Stoff dran machen, damit sie länger hält. Aber, äh... Es geht ja auch nur so... Was ist denn so ne... Was denn? Weil das definitiv zu wenig Licht, was wir hier haben, ey. Definitiv. Was hab ich so an Stoff dabei? Wie gesagt, für das bisschen Fackel, was wir bisher hatten, habe ich irgendwie 100 Stoffe drauf oder so. Wenn nicht sogar mehr. So, ich würd gerne mal hier was durchs Wasser gehen. Ja, können wir. Da muss auch noch irgendwas sein. Jetzt hast du dir die Fackel reingemacht, wo du durchs Wasser gehen willst jetzt. Nein, ich will eigentlich... Mal gucken. Jetzt müssen wir nicht durchs Wasser, das würd ich damit sagen. Also hier drüben ist auf jeden Fall unendlich Wasser, oder? Die ist doch so ein Toter, ey. Was, ein Toter? Hier, ich will einen Toten. Nein. Also... Ja Typ, aber ich seh's halt nicht, weil es halt zu dunkel ist. Wo denn? Du hier stehst. Warte. Im Wasser, oder was? Ah ja, ich seh'n. Du siehst halt, es ist halt zu dunkel, ey. Alter, aber wie? Ich seh' ja unter Wasser gar nichts. Ja, das war ich ja. Krass. Ja gut, keine Chance. Von draußen sieht man ihn zwar. So ein bisschen jedenfalls. Geht's da weiter, oder was? Ja, also... Jaja, man muss halt schwimmen auf jeden Fall. Ähm, aber es geht auf jeden Fall weiter. Wie ist das? Scheiße. Zum Glück gibt's keine Wassermutanten, ey. Aber ich würd's nicht machen. so laut sagen, gleich werde ich von unten geschnappt. Okay. Da siehst du jetzt deine Fackeln nämlich schon leer. Geht's hier doch nicht weiter? Kein, ich weiß es echt nicht, ey. Mal die Karte aufmachen, ne? Ach, die hab ich ja noch gar nicht, ne? Ach, scheiße. Ich hab's ja, aber warte. Oh, cool. Äh, ich kann nicht erkennen, ob's da weitergeht. Also es sieht schon so aus, als würde es weitergehen. Aber wie, weiß ich nicht. Äh, hier ist Sarkassa. Na, ich stimm mal hier durch. Okay, schwimmen wir halt nur bis hierhin, ey. Ist okay. Ja, dann geht's halt nicht weiter. Oh Gott, wie macht da das Feuer an? Oh Gott, wie macht da das Feuer an? Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon alles gesehen haben. Also alles Wichtige, was wir finden müssen. Weiß ich nicht, keine Ahnung mehr. Oh Gott, wie macht das Feuer an? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir nicht mehr haben. Ich weiß nicht, ob wir nicht mehr haben. Wir haben jetzt nicht mehr auf das Feuer. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin einem Nameplate gefolgt. Gut, dass wenigstens du Orientierung hast. Ich weiß schon, warum ich dich dabei haben wollte. Das ist wieder so ein Teich, ey. Oh, der Sackgasse. Boah, das nervt mich gerade, ne? Na, es ist halt ein richtiges Höhlenerkunden. Ja, keine Ahnung. Mit dem Licht ist das halt ziemlich ätzend, ne? Ja, das ist echt ätzend. Das finde ich auch. Es wäre halt cool, wenn es eine Fackel gäbe, die halt, keine Ahnung, so eine Wachsfackel oder keine Ahnung hat. Wie geht das nicht mit dem G-Set? Das ist so Harzgescheiße. Oh, das geht nicht. Scheiße. Oh, Mann. Oh, oh. Okay, wohin? Du bist so Harzgescheiße. Scheiße, ich hab fast keine Müsse im Riemen mehr. Oh, ich hab noch ein paar. Ich hab noch ein bisschen zwei. Vielleicht hab ich auch noch. Also so ist es nicht? Ja, Fleisch hab ich auch noch. Das ist ärgerlich. Ich hab noch was. Das ist nämlich ein paar Höhle. Das ist schon mal. Nein. Ich hab' noch was. Ja. Das ist ja auch noch. Das ist ja auch, das ist ja auch noch auch ohne Höhle. Ja, aber ohne Licht ist das doch scheiße hier Also, weil du halt einfach nichts findest Guck mal, ist da ein Seil? Bei mir lädt das so gut, aber war da hinten ein Seil? Ich werde gerade meine Fackeln machen Irgendwo da, so in die Richtung Ach, kommt Feuerzeug wie an Ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkomme Oh, wie mach ich diese Fackel hier aber nicht, ist vollkommen blöd, ey Äh, den Stock und, ähm, Stoff drum Das geht doch gar nicht Weiß ich nicht Unten der Stock, der muss unten neben deinem Speer liegen Hast du da einen Stock? Ja, warte Hier ist auch noch ein kleines Lager, komm mal zu mir Hier ist noch so eine Passette Und hier geht's nicht mehr weiter Du kannst den mit Precept auf jeden Fall, äh Äh Was kannst du? Ich dachte ich kann den damit stärker machen oder so, keine Ahnung Komm mal her und hol dir die Kassette, damit du das auch hast Ja, wo bist du hingelaufen? Hier, Fackel, huuuu Ach, da oben Ja, ich kann auch an die Oberfläche gucken, das ist halt ein bisschen crazy Das hab ich gerade den Namepad nicht gesehen, weil es da hin war Ja, ja, bei mir liegt das auch ganz komisch Es sieht aus, als würd's da überall raus gehen Weil das da alles so hell ist So weiß So, schau einer an Da hinten liegt noch ne Kassette Und falls du das Seil noch nehmen kannst, ich nicht Ne, ich bin voll Ja, ich auch Hier muss es doch noch irgendwie weiter gehen Weil man ja nur ein bisschen mehr Licht hat Denn ne Taschenlampe wär halt geil Man kann bestimmt ne Taschenlampe finden Ich mein, weil wir haben ja... Batterien Batterien Und man kann 100 pro ne Taschenlampe finden Du hast doch WLAN bei dir, dann guck doch mal Ich hab... Weil mir lebt nicht das so ewig, wenn ich jetzt gucke Waren wir hier hinten schon? Wo ich jetzt gerade bin? Keine Ahnung Müssen wir... Geh hinten, müssen wir gucken, weiß ich nicht Also... Ja, hier ist der Tisch Hier ist der Tisch Ja, von der sind wir gekommen Alles klar Gut, dann direkt wieder zurück, damit wir wissen wollen Hä, das war mir nicht Nicht, von dem nicht zurückgehen Nee, aber verdammt Da ist doch nicht so Da muss was sein Es muss einfach Aber da ist ja nichts Das ist ja das Problem Aber da ist ja nichts Das ist ja das Problem Aber da ist ja nichts Das ist ja nicht gemacht, der der Bude, ey Von hier sind wir auch runtergekommen irgendwie, ne? Hier oben waren wir schon Ja, hier ist das Seil zum Hochklettern Und was will man hier weitergehen? Achso, hier stehen unsere Lampen Ja, hier muss tatsächlich nichts sein Ach, Mann, oh Echt? Oder hier halt lang Ich weiß Nicht, der Meinung war, dass wir hergekommen sind Ich weiß Ein Herz, Alter, what the fuck, ey Was liegt da? Ein Herz Ein Herz Zwei Stück sogar Mh, lecker Ja, nee, dann ist es hier unten tatsächlich irgendwie nix Weiter Jetzt muss ich nur dich finden Damit ich... Bleib Tisch Naja, wie... Wo ist der Tisch? Okay, puh... Ja, was machen wir denn jetzt, ey? Keine Ahnung Das ist ne gute Frage, ey Also halten wir fest, aus der Richtung, wo die Fackel und die Titel sind weggekommen So Das heißt, da müssen noch zwei Richtungen Ich weiß, wir waren auch in jeder Richtung schonmal Aber wir müssen halt in irgendein Netz gehen, ey Lass uns mal hier hochgehen Warte, ich nehme mal die Achse hier Okay, ich komm Auf geht's So viele Stöcke, ich krieg's doch nicht, ey Wahnsinn, ne? So, von hier sind wir, glaub ich... Hier waren wir, von hier sind wir gekommen, glaub ich Meine ich Ey, so viel... Viel... Das ist Wahnsinn, ey Hier geht's ja auch nochmal runter, hier sind auch nochmal Proteinriegel, die waren wir auch noch nicht, ey erst mal Ach... Taste Das ja, mein Stück ist aus Oh, das ist so werf ich, ne? Bist du hingelaufen für das Name, ey? Ne, ich war's woanders als du Das ist mir dann irgendwann aufgefallen Achso, ich bin jetzt wieder da, wo das Camp ist, wo man hochklettern kann Ich komm wieder zurück Weil hier ist ja wirklich nichts Ich bin gerade beim Seil, ey Ja, 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 da bin ich hochgegangen Ich komm jetzt hier runter wieder Hallo Achso Also hier brauchen wir auf jeden Fall nichts lang Wollen wir hier mal irgendwas hinbauen So, von dem, ey, hier das soll zu dich lang, auch zu nusslang Ich weiß es nicht, ey Ich bin gerade gerade ganz ehrlich Ich weiß doch nicht, wo wir noch lang sind, ey Viel zu groß, wir kommen schon wieder hoch aus, wie auch immer Wenn wir ein gescheites Licht hätten, wäre das alles kein Problem, ey Wenn wir ein gescheites Licht hätten, wäre das alles kein Problem, ey Ja, da bist du, ach da Ja, da bist du gerade hergekommen, auch Ja, da bist du gerade hergekommen, auch Das Feuerzeug geht ja als aus, ey Ja, dass das sowieso noch hält, ist mir ein bisschen runter, ey Hier geht's auch noch mal runter, ey Wahnsinn, ey Ne, hier sind wir hergekommen, glaub ich Ne, da sind wir noch hergekommen Richtig, genau Dann kommen wir jetzt zum Tisch Können wir mal, ähm Irgendwo gleich ein Feuer machen, damit ich mir mal was braten kann Weil ich will jetzt nicht meine letzten zwei Müsli-Riegel noch Ja, wir können ja gucken, dass wir mal zu der Höhle unten finden Ja Also wo wir unser Zelt gebaut haben Ja, ja Guck, ob das hier lang geht, ey Das wusste ich nicht drüber Oh, hier sind immer Fotos und Zeitschriften Waren wir hier nicht schon? Naja, das ist doch das von der Yacht, oder ne? Ach, du hast das aber noch nicht, klar Okay, also wär schon mal, wär schon mal ledig, wunderbar Ich steh da hier im Weg rum mit mir einmal mehr Wir werden doch unser Häuschen wieder finden Ne, das gibt's doch nicht, ey Ich seh halt hier unten auch kein Häuschen eingeblendet, ne Doch da Unter mir irgendwie Ah, jetzt sind wir wieder hier, alles klar Quasi da, wo wir am Anfang schon waren Ah, ja, okay War hier nicht? Kamen wir nicht aus der Richtung auch mit dem Haus? Oh Gott, Mäuschen, ey, keine Ahnung Ich glaub schon, ey, das geht doch irgendwo runter hier, ey War das nicht hier drüben? Das ist auch möglich Hier ist das Sein, hier ist ein Sein Irgendwo war das doch nämlich Komm, gib ihn, dann gehen wir jetzt hier runter Ja Ja, Mann, Schlag... Du kannst ja auch nicht, nicht, nicht mal, äh, wie ein Plan machen, ey Weil du einfach nicht weißt, wo du hin musst, ey Weil du selber keinen Plan hast? Ja, weil du einfach nicht weißt, wo du bist, wo, wo es hingeht, ey Ich sag dir ganz ehrlich, wir finden doch hier nicht wieder raus, ey Doch, das auf jeden Fall Nee, im Leben nicht Guck mal, eben hab ich auch das Camp gefunden, wo wir hätten wieder hochklettern können, das geht schon Was? Und war das so tief hier runter, ey? Jaja, das war negativ Aber ich bin da ein Ah doch, ich sehs, ja, ich sehs Aber... Kannst du mir verraten, wo die Wind ist? Ach, da drüben Ha, 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 ha Augen auf, Silf, beim gucken, ne? Ja, das ist aber leider nichts Neues da, ey, Mist Also, wie gesagt, wir müssen jetzt unbedingt hier ein Feuer machen, ich bin echt... Echt hungrig Mach das mal hier vorne hin Und dann lass uns einfach auch nochmal speichern, ja? Ja, das können wir tun, ja So, einmal Basic Fire Ich hab auch zig Batterien, ne? Ich auch Ach so, ich wollte ja mal nach der Taschenlampe googeln, ne? Ja, mach das mal, irgendwas musstest du, also... Da finden wir die eh nicht hier, ist die irgendwo oben am, oberhalb, am Camp oder so Oder hier unten ist die Läge Dauer, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht Also hier unten wäre ja irgendwie... logischer Ja, also es gibt eine Taschenlampe In Koffern und in Höhlen gefunden, und in der Höhle gefunden werden, es gibt also nur eine Höhle Ja, und man kann sie, wie gesagt, in Koffern und in der Höhle finden, aber genaueres steht, äh, nicht hier Hast du das jetzt gegessen, Alter? Ich hab nur eins gegessen Ja, das waren beides meine, Alter Ja, ne, ne, ich hab auch eins draufgeschmissen Mach's doch Mach's doch Naja, egal Ähm Ja, wie gesagt, soviel dazu Wir müssten nochmal in Erfahrung bringen, ob wir aus dem Ding überhaupt noch rauskommen, beziehungsweise Ob die eine große irgendwie, was hier nicht So Ich speichere jetzt einmal Es wird viel Zwei Hm Ich guck mal ob hier irgendwo ein fester Platz angegeben ist Angeblich in ne Höhle wo man hin verschleppt wird Okay. Aber da hatte ich ja mehrmals schon alles abgesucht und wir waren ja eben auch schon da und haben nochmal gesucht. Ich hab doch definitiv noch keinen im Inventor. Ich hab jetzt gerade nochmal geguckt. Können wir schlafen? Geht das? Ja. Schlafen wir jetzt mal. Damit sich unsere Motivation wieder öffnet. Jetzt ist es kaputt. Was da los? Und du bist weg? Ach ne. Ich bitte dir alles gut. Warum ist es kaputt? Kann man wahrscheinlich nur einmal benutzen oder was? Ich weiß es nicht. Scheiße. Wieder aufbauen? Ja. Okay, wieder aufbauen. Ja, nur zum Speichern halt. Ich hab nochmal Dings aufgenommen. Flares. Oh ja, davon nehm ich auch noch welche mit. So, da ist es. Ja, was machen wir jetzt hier, ey? Frag mich was leichteres. Warum ist denn hier eigentlich keine Taschenlampe? So ein geiles Lager und keine Taschenlampe. Oder wenn man wenigstens hier so ne Öllampe mitnehmen könnte oder so? Kack. Hm. Ich bagge hier gerade irgendwo fest. Kannst du mal den Koffer wegtreten? Was für Koffer? Der vor mir liegt. Ich bagge hier fest. Lauf einfach mal davor. Okay. Dann nochmal abspeichern. Wahnsinn. Gibt's ja noch nicht. Okay, gut. Ähm. Wir durchsuchen also weiter die Höhle. Versuchen mal irgendwie eine Taschenlampe zu finden. Weil das mit den Fackeln ist ja echt nervig. Ähm. Ja, es ist hoff... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann. Ciao.